Die Buden an der Peter-Paul-Kirche in Bayerfeld sind verschlossen. Zuletzt war hier zum Weihnachtsmarkt am 1. Advent etwas los. Auch das Bayerfelder Löffelmacher-Fest wurde hier schon gefeiert. Wie die Freie Presse berichtet, wird Letzteres aber erneut umziehen. Ab 2023 soll das Löffelmacher-Fest auf dem großen, neu gestalteten Platz hinter der Oberschule über die Bühne gehen. Noch bestimmen Baufahrzeuge und Materialien das Bild von diesem Bereich zwischen Pestalozzi-Straße und Frankstraße. Die Oberschule hat einen Anbau bekommen. Die Schüler sind schon zurückgekehrt. Derzeit laufen die Restarbeiten. Dass der Schulplatz für das Löffelmacher-Fest genutzt wird, hat der Stadtrat von Grünheim-Bayerfeld einstimmig beschlossen. Laut Zeitungsbericht sei an der Schule genügend Platz, um ein Festzelt zu stellen. Zudem bietet das gegenüberliegende Gelände vom Fritz-Körner-Haus weitere Möglichkeiten für die Ausgestaltung des Festes. Untertitelung des ZDF-Körner-Haus